Hey ho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt Positionsvideo. Wir befinden uns in der 127. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 7.9. bis zum 14.9. Der Planet ist Pandora, die Zone ist Devil's Razor und wir müssen ungefähr... ...dahin? Glaube ich ungefähr. Auf jeden Fall, wenn ihr hier spaut, und zwar bei Roland's Grab und vorne zum Auto geht, könnt ihr ihn schon sehen. Ha! So, getroffen. Da ist der Automat. Ich zeige euch natürlich trotzdem einmal den Weg, also beziehungsweise auch, wenn ich ihn nicht unbedingt zeigen muss. Aber, wir gehen einmal hin und gucken uns das einmal... Ah, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen off mit dem Ping. Wir müssen hier in diesen kleinen Schuppen, zack. Da haben wir direkt, also überhaupt kein weiter Weg. Und wir haben einmal die Cloud Kill, einmal den Devastator, die Devastator, die Devastator-Pistole, den Devastator-Revolver, ich weiß nicht. Und einmal die EMP. Äh, ziemlich viele EMPs, to be fair. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Devastator und Cloud Kill beide ziemlich geil. Probiert beide Sachen definitiv aus, die gefallen mir beide super gut. Natürlich auch Geschmackssache viel dabei. Allerdings, die beiden Sachen kann ich euch definitiv empfehlen. EMP, hey, es ist... ...es ist eine Granate. Probiert sie aus, vielleicht macht es euch Spaß. Ich finde sie nie so gut. Aber guck mal, da wir kaum einen Weg haben, war es das nämlich auch schon für diese Woche. Denkt bitte dran, wenn ihr mit dem Automaten interagiert habt, das heißt, etwas am Automaten gekauft habt, dann die Zone bzw. das Spiel verlässt, verschwindet der Automat für ungefähr eineinhalb Stunden. In dieser halben Stunde könnt ihr machen, was ihr wollt. Keine Ahnung, räumt mal den Keller aus. Oder farmt halt einfach für Geld, um es dann auch wieder am Automaten ausgeben zu können. Also, nochmal kurz zur Erinnerung. Wir sind auf der Planeten Patora, auf der Zone Devil's Razor. Ich finde das irgendwie total weird, wenn der Weg so kurz ist. Spawned by Roland's Grab. Ein Wort wird englisch ausgesprochen, das andere Wort wird deutsch ausgesprochen. Spawned by Roland's Grab. Und da könnt ihr eigentlich von da oben, seht ihr... Also zumindest ich mit meinen Grafikeinstellungen sehe dann schon den Automaten. Ob ihr ihn dann auch schon seht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist der Weg absolut nicht weit. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein!